Hallo ihr Lieben! Herzlich Willkommen zu einem neuen Video rund um Elder Scrolls Online. Ihr sucht für eine Quest, für eine Bestrebung oder für eine Errungenschaft Drauger? Kein Problem, die haben wir doch das letzte Mal gesehen. Ich denke ihr kennt das und deswegen wieder ein Video für Fundplätze von diversen Mobs. Ja, wo befinde ich mich gerade? Ich bin in Ostmarsch und zwar befinde ich mich hier ziemlich mittig bei der Beinfeldklamm und hier laufen jede Menge Drauger herum. Hier unten haben wir einen und wenn wir uns jetzt einmal in diese Richtung begeben, werden wir auch über diverse Drauger stolpern. Prinzipiell ist es hier ein Gebiet oder sagen wir mal gerade wenn man so Felsgräber oder sowas hat, wo wir eigentlich immer gut Drauger finden, aber das hilft uns in den meisten Fällen auch wenig, denn wenn wir nicht mehr wissen wo die Drauger waren, dann wissen wir auch nicht mehr wo die Feldgräber waren, wie auch immer. Hier habt ihr zumindest mal wieder ein Fundort für Drauger, wo ihr euch austoben könnt. Ja, das war es schon, kurz und bündig. Viel Spaß beim Schlachten der guten Kreaturen hier und viel Spaß bei Elder Scrolls Online sowieso. Und damit sage ich auch schon wieder Tschüss, eure Kastanie, bis zum nächsten Video. Achja, und Like und Follow nicht vergessen!